Musik Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven Bird Adventures. Ja, meine Stimme, man hört es ja, ist immer noch nicht so hundertprozentig wieder fit, aber wir müssen auf jeden Fall uns jetzt das neue Update anschauen. Es ist ja jetzt schon eine Woche her, dass es kam. Eigentlich ist es eine Verlängerung von dem Pferdefang-Event, von diesem Lasso-Event. Wir gucken mal. Da gibt es aber ein bisschen... Da gibt es jetzt auf jeden Fall ein bisschen was Neues. Ich habe ja die letzten Punkte von mir ausgegeben, die letzten Lasso es auch verbraucht, weil ich davon ausgegangen bin zu dem Zeitpunkt noch, dass es sowieso neu gestartet wird. Ich weiß nicht, ob man dann sowieso alles verloren hätte. Auf jeden Fall geht es jetzt hier theoretisch weiter. Und wir sind hier auch schon mit einem neuen Pferd. Das ist das Kaninchen. Wir können uns ja mal... Ach nee, aktuelle Pferde hier unten ist es. Anschauen. Wir können momentan den Frühling fangen. Da ist exklusiv fabelhaft den Löwen Generation 3, die Jungfrau und Waage auch Generation 3. Ja, dann so ein paar Standardpferd. Ich glaube, die sind immer dabei. Zumindest waren sie letztes Mal auch dabei. Das goldene Pferd ist noch dabei. Das Elfenpferd. Und jetzt auch das Kaninchen. Und ja, jetzt wechselt bald wieder die Konstellation hier, die Zusammenstellung der Pferde. Ich weiß nicht, ich gehe mal momentan stark davon aus, dass die drei hier bleiben werden. Hier in der National Show, Passofino, Percheron, Suffolk Punch. Ich glaube, die bleiben auch. Dann wird sich wahrscheinlich hier oben was tun, dass andere Konstellations-3 Pferde zu fangen sind und vielleicht noch andere exklusive Pferde. Mal schauen. Ja, so ein paar Pünktchen habe ich gesammelt. Ich habe jetzt momentan auch noch einige Lassos. Ja, wir können auch immer noch die Queen bekommen. Also theoretisch, wenn die Punkte nicht zurückgesetzt worden sind, hätte man jetzt die Chance und auf jeden Fall genug Zeit, die Queen komplett für die Klebe dazu holen. Aber das wusste man vorher nicht. Und außerdem wollte ich ja auch auf jeden Fall auch das Blumenfehlpferd haben. Dann gibt es jetzt neu, ich glaube, Nachbildungsderby gab es das schon. Hübsch, auf jeden Fall ist die Mädchen noch da. Und was es aber in der letzten Folge wirklich aufgenommen haben, noch nicht gab, dürfte jetzt gleich kommen. Genau, und zwar das Regenbogenpferd. Das ist neu. Da hoffe ich mal drauf, dass wir uns das leisten können. Sehr, sehr bunt. Sieht jetzt aus wie ein Pony für mich. Ich bin mal gespannt. Aber wenn wir es bekommen können, wahrscheinlich auch wieder nur im Einsatz mit Diamanten. Aber, ja, wäre schon irgendwie ganz schön, denke ich mal. Dancer können wir jetzt hier auch eintauschen. 8.000 Kleeblätter. Ich glaube, das wäre aber, wenn ich Dancer noch nicht hätte, wäre Dancer auf jeden Fall mein Favorit hier. Porzellan habe ich ja auch schon. 3.000 Kleeblätter wäre definitiv gut machbar. Das Dankbarkeitspferd gibt es für 2.000 Kleeblätter. Und hier gibt es noch Geisterpferde, und zwar das Geister Quarter, Geister Appalooza und, ja, der Geister Tinker, der mir ja auch fehlt, den ich eigentlich schon gerne hätte haben wollen. 3.000 Kleeblätter, mal gucken. Und das Geister Mavari gibt es auch. 3.000 Kleeblätter kostet auch der. Ja, gut, und die Blumenfee, der Hengst ist hier unten, weil wir den schon geholt haben. Gut, die ganzen Kleidungsstücke, Ausrüstungsstücke sind für mich jetzt doch eher dann uninteressant. Und, ja, mit unserem Blumenfeehengst habe ich auch schon fleißig gezüchtet, wie wir hier sehen. Problem. Also wir haben auch Stufe 2 hier, schauen wir uns gleich mal an. Den Tunico, den Hero und den Abbas. Alles Hengste. Es ist, ja, ich weiß auch nicht. Bisschen schwierig. So, dann schauen wir uns jetzt hier mal einen an. Das ist der Abbas. Stufe 2 hat auf jeden Fall auch was. Ich glaube zwar, Stufe 1 gefällt mir ein bisschen besser, aber an sich schickes Pferd. So, dann gucken wir mal in den Zuchtstall. Da bin ich mir gar nicht sicher. Haben wir jetzt hier eine Stute oder ist es auch wieder ein Hengst? Wahrscheinlich ist es ein Hengst, aber ne. Oh, wir haben eine Stute. Gut. Ich muss Platz machen. Das Problem ist, die sind alle noch nicht so weit, dass ich einen davon verkaufen könnte. Aber ich glaube, die hier haben wir eine Julia, haben wir auf Stufe 1. Dann verkaufen wir die hier nämlich. Dann schicken wir zum Trainieren und schicken wir doch den Abbas rüber, oder? Ist ja... Ist ja eigentlich... Nein? Nein? Oh Gottes Willen. Also, wenn ich die jetzt verkauft hätte, ich weiß nicht. Aufpassen, konzentrieren. Wir füttern die kleine Maus. Klar, Äpfel hätten wir eigentlich auch pflücken können. Aber es geht. Also momentan, dadurch, dass ich nicht jeden Tag züchte, weil einfach die Zuchtzeiten so verdammt lang sind, häuft sich jetzt doch langsam auch wieder ein bisschen Geld an. und ja. Gucken wir mal. Auch als Fohlen gibt es schon den Stempel hier hinten. Achso, die müssen uns gleich noch die neuen Aufgaben anschauen. Die neuen T4-Pferde, die Zertifikate sind bekannt gegeben. Und der Wechsel ist ja jetzt auch schon in ein paar Stunden. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß nicht genau, ob ich es heute noch schaffe, zu schneiden und zu rennen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und da ist sie erwachsen und stößt sich gleich mal schön in den Kopf hier am Gitter. Euer Mysterieger, ich glaube, von Füttern war auch noch. Ich glaube, davon hatte ich so recht viel. Gut, Erdbeeren nicht, aber darauf warten wir jetzt auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir doch hier gleich mal unser Glück mit Stufe 3. Mit Edda und Hero nehmen wir und den, ich glaube, Tunico, den schicken wir dann noch auf die Weide und dann gucken wir weiter. Es gibt neue Aufgaben. Da weiß ich noch nicht, was sie uns im Endeffekt bringen, aber wir können gleich mal schauen. Wir können bestimmt die ein oder andere abschließen, wenn Amy uns hier mal züchten lassen würde. Dann gucken wir auf jeden Fall gleich noch mal ins Horsepedia nach den neuen Pferden. Es gibt nämlich auch eine neue gewöhnliche Pferderasse, da wurde ich schon darauf angesprochen, dass irgendwie kaum jemand sie erwähnt und das finde ich ein bisschen schade. Den gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Weißisabelle Zugpferd oder so ähnlich heißt es. Wir gucken auf jeden Fall gleich mal. So, ach, die Edda ist ganz unten. Okay, Stufe 3 gefällt mir definitiv sehr, sehr gut. Also würde ich mich freuen, wenn wir davon auch zwei hätten, Hengst und Stute. Aber jetzt müssen wir erst mal gucken, ob wir überhaupt eins bekommen. Das ist der erste Zuchtversuch direkt auf Stufe 3. Es wäre eine Abia, eine Stute. Hier hätten wir auch eine Stute und da hätten wir den Hengst. Wir haben die gratis Zucht verbillt. Ja, komm. Wir nehmen das mal hier. 17% Sturz auf Stufe 3. Oh, das ist zu schnell. Schade. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, dass es Hengst oder Stute ist. Ist ja eigentlich jetzt auch egal. Wir haben eine Stute zum Züchten. Na gut. Achso, Stufe 1 könnten wir eigentlich auch nochmal auf die Weide schicken. Achso, was macht der Amur? Der ist Stufe 10. Achso, ja toll. Na egal. Das kann sein, dass wir den dann gleich nochmal verkaufen werden. Wir gucken mal. So, das hier sind das Bestellzentrum. Ja. Der beste Partner eines Cowboys ist sein Pferd. Mustang Stufe 1 Miete. Also, wir können hier Pferde verkaufen. Je nachdem, ob sie was da gewollt ist. Oder wir können es vermieten. Ich habe mal geguckt. Mustang Stufe 1 habe ich eigentlich nicht. Habe ich zwar mal gezüchtet, aber wenn ich jetzt auf Miete klicke, funktioniert das sogar. Canadian ist auch Miete. Geht das? Geht. Dann haben wir hier das Gletscher auf jeden Fall Stufe 2. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir das haben. Haben wir das oder nicht? Es ist auch nur Miete. Also, wenn, wird es uns ja nicht genommen. Westfale Stufe 1 dürften wir eigentlich nicht haben. Mieten. Vermieten wir auch. Und hier geht es ums Verkaufen. Genau. Dafür würden wir 20 Diamanten bekommen. Fredericksburger Stufe 1 dürften wir nicht haben. Ist jetzt die Frage, wenn ich das nehme, nimmt er sich einfach unten einen anderen Fredericksburger, weil meine Stufe 4 habe ich definitiv nicht hergeben. Achso, wo haben wir denn? Hmm. Das ist halt auch hier oben. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber Ne, hier ist ab. Ne, haben wir nicht. Dann könnten wir natürlich mal gucken, wenn wir Platz haben, ob wir einen Stufe 1 züchten können und den dann verkaufen und dafür 20 Diamanten bekommen. Das wäre ja gar nicht verkehrt. So, und wenn wir jetzt schon mal hier drin sind, weiß ich gleich, warum ich zurückgegangen bin, dann gucken wir mal nach dem Weißisabell-Zugpferd. Genau, das ist Stufe 1 zu züchten mit einem Bad Johnny oder einem Ventasso-Pferd, mit einem Paso-Peruano oder einem Ventasso-Pferd oder Estnisches-Zugpferd und Ventasso-Pferd. Stufe 2 sieht dann so aus und Stufe 3 und dann gucken wir auch gleich nochmal zu den Exklusiven. Ach ne, Stufe 4 hätten wir noch gucken können. Naja, gleich. So, dann sind wir auch schon mit Kaninchen. Besitzen wir auch schon zum Glück. Stufe 2 sieht dann so aus, ist hell mit Orangenarmähne und Stufe 3 ist so Blaulilarmähne und ein bisschen gräulicher Körper. Dann der Mond ist neu, den können wir kaufen oder jetzt auch in diesen Kistenrennen gewinnen. Stufe 1 Stufe 2 ist also krass krass blau gefärbt und Stufe 3 ist dann aber auch schon wieder so schön hell gelbe Mähne. Ich glaube, das könnte sogar richtig gut aussehen. Ich habe jetzt leider noch keinen gesehen. Die Kirschblüte hatten wir uns glaube ich schon mal angeschaut. Die kommen jetzt nicht neu rein. Mars gab es schon, aber irgendwas. Ach ja, Regenbogenpferd. Genau, Stufe 1 haben wir ja schon kurz gesehen. Stufe 2 hat also definitiv eine sehr dunkelblaue Mähne und Stufe 3 ist dann mehr so lila-pink und hat aber einen hellen Körper. Bin ich gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das hin, das zu holen. Und achso, Feuerwolke. Da habe ich jetzt noch überhaupt keine Idee, wie wann und wie wir das kriegen. Vielleicht kommt das ja auch demnächst noch rein. Das wäre cool, wenn wir das fangen könnten. Ja, sieht ziemlich weiß aus, mit roten Akzenten. Stufe 2 ja, wie nennt man es? Creme beige mit grünlichen Akzenten und Stufe 3 ist dunkel mit weißen Akzenten und das, denke ich mal, sieht schon echt bestimmt cool aus. Die Feuerwolke. Vielleicht kommt die aber auch erst beim nächsten Mal rein. Wir wissen, da kann ich leider noch nicht sagen, wann und wie wir den bekommen können. Ja, achso, wir waren schon bei den Stufe 4 noch. Und zwar gibt es als nächstes die böse Stiefenmutter auf Stufe 4. Da hoffe ich natürlich, dass ich die freischalten kann und dass wir die dann auch züchten können. So, und die anderen Stufe 4 sind dann das Welch Pony und der Missouri Foxtrotter. Die beiden habe ich schon. Ja, von daher. Achso, Mond können wir uns hier noch einmal auf Stufe 1 anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Auch ein hübsches Tierchen. Ich finde die Anpassungen hier ganz cool. Die Ausrüstungsgegenstände. Wenn wir den irgendwann nochmal bekommen könnten, wäre natürlich super. Aber ich würde sagen, wir gucken erst mal weiter und zwar nee, die Fantasieinsel. Ich würde sagen, wir fangen mal von hinten an sozusagen. Sonst waren wir ja meistens als erstes in Deutschland. So, ach nee, da habe ich die Pferde auf die Weide geschickt. Das ist ein bisschen schlecht. bei den Elfenpferden Stufe 3 gibt es leider keine weiteren Änderungen. Das hier ist der Verkaufshengst, deswegen trainiert er hier auf der Fantasieinsel. Ich brauchte in Montana Platz. Aber hier erwarten wir Alice Stufe 4 34 Diamanten. Ich weiß nicht, oder heben wir uns Alice für das nächste Mal auf. Könnten wir eigentlich auch machen. Auf jeden Fall habe ich hier schon die Rotkäppchen Stufe 3 rausgeholt zum Trainieren. Eine Alice Stufe 3 trainiert ja auch noch. Und die Rotkäppchen Stufe 4 sind in der Oase bis auf das Verkaufspferd. Ich glaube, ich habe dann einen Hengst hatten wir ja zu viel. Was hat denn? Ich hoffe, ich übersehe sie nicht. Hier, Red ist natürlich geblieben. Ist leider erst Stufe 14, aber hat auf jeden Fall Tempo auf Diamant bekommen, Ausdauer und Sprung Gold mit Krönchen, als wenn wir die verbessern wollen würden. Wäre nicht verkehrt, obwohl ich sie theoretisch eher für die Dressur haben hätte wollen. Genau, und Vito haben wir behalten, weil er Tempo, ich glaube, das ist sogar Standard gewesen, mit Krönchen, Ausdauer hatte dafür aber auf Diamant und Sprung und er hatte einen Sonnenstreicher. Der Verkaufs-Hengst hatte Tempo auf Diamanten im Wert, dafür Ausdauer nur Gold mit Krönchen, hatte zwar zwei Wetterverbesserungen, aber ich dachte, das ist dann bei Ausdauer verbessern ist schon ein bisschen nerviger. Vor dem Tempo braucht er ja auch nur eine, das heißt, wir brauchen nicht unbedingt in Russland mit dem Laufen. gut. Das erstmal zu den Änderungen hier. Das wird jetzt doch wieder relativ lang. Wenigstens mal so ein Update und hier sehen wir schon neue Pferde. Wir gucken mal hier mal die Weide ein bisschen schick. Dann können wir da gleich mal ein paar zum Trainieren hinten, wobei, ich glaube, ja, doch, Stufe 1 können wir zum Trainieren schicken. Wir machen das jetzt so, wir schauen uns hier erstmal Stufe 1 des Weiß Isabellen Zugpferdes an. Das ist eine Stute, die Leder, also Werte sind jetzt nicht so berauschend, aber sie ist auch nur Elite sozusagen. Tempo und Sprung, Bronze mit einem Schleifchen Ausdauer, Silber mit einem Schleifchen und gehen wir mal kurz in die Umkleide. So sieht sie aus. Ist auf jeden Fall auch ein schickes Pferd. Und, ja, dann würde ich doch sagen, schauen wir uns auch gleich Stufe 2 an, weil hier mit der Zucht, das lief wahnsinnig gut, muss ich sagen. Wir gucken mal, hier ist der Tubico. Das ist Stufe 2 und den finde ich farblich sogar noch ein bisschen cooler, weil der Mähne und Schweif sind einfach zweifarbig. Ich finde das einfach schön, wenn die Spitzen auch so ein bisschen dunkler sind oder wenn man da einfach so ein bisschen Farbunterschied sieht. Und wertetechnisch ist er dann zumindest sehr ausgeglichen. Alle Werte auf Silber mit einem Schleifchen. und dann kommen wir zur Stufe 3. Das ist Snow. Er hat jetzt Sprung und Ausdauer. Silber mit zwei Schleifchen Tempo ist bei Silber mit einem Schleifchen geblieben und ja Stufe 3 hat jetzt leider wieder so ein komplett einfarbig Mener, aber es sieht auch schön aus, muss ich sagen. Irgendwie gefallen sie mir alle drei Stufen. Momentan ich kann sie auch mit füttern oder ausmisten und sowas trainieren. Ich würde sie auf jeden Fall bis auf Stufe 1 schicken wir oder sie schicken auf die Weide und die anderen bleiben zum Züchten, wobei wir haben dann Hengst Stufe 3 dann könnten wir den Tunico auch auf die Weide schicken. Da muss ich nämlich nicht diesen Salat ausgeben wollte ich schon sagen. Muss ich erstmal herstellen wahrscheinlich. Auf jeden Fall hebe ich mir ihn lieber auf für Fohlen mit dem wir züchten können. Bleibt auf jeden Fall ein Hengst und eine Stute Stufe 2 erstmal zum Züchten hier. Vielleicht finde ich bald noch Stufe 3 Stute und dann würde ich da natürlich dann doch nochmal eine Zucht einschieben. Dass wir den einfach schon mal als Hengst und Stute auf Stufe 3 haben, falls dann irgendwann ein T4 Zertifikat erhält. Achso Frankreich haben wir doch schon Deutschland ist jetzt nochmal interessant denn da war ja die Armour Zucht und da hat sich jetzt zum Glück auch endlich was getan. So hier war ein bisschen Chaos auch in Deutschland das seht ihr aber gleich. So erstmal schauen wir uns sie an die Shell das ist unser Armour Pferd Stufe 3 Stütchen es hat endlich mal geklappt ich war überglücklich und ja vielleicht ich weiß nicht also sie sieht schon ganz gut aus wobei ich sagen muss Stufe 2 gefällt mir von denen am besten deswegen würde ich gerne Stufe 2 auch behalten werde ich wahrscheinlich keinen zweiten Stufe 3 züchten falls irgendwann auch für die Pferde Zertifikat kommt werden hoffentlich ein paar Hengste draußen stehen mit denen wir züchten können so und dann jetzt aber das neue exklusive Pferd das Kaninchen das hier ist die Julia das war mein erstes Kaninchen das ich gefangen habe ja farblich finde ich es okay definitiv es ist wirklich die Mähne ist absoluter Wahnsinn wieder die Ohren sind so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber sonst gefällt sie mir eigentlich ganz gut ich hatte auch bei ihr recht viel Glück dass ich sie sogar am ersten Tag gleich bekommen und ja dann war mein größtes Problem eigentlich einen Hengst zu finden zum züchten war die ersten Tage irgendwie nicht möglich ich habe es dann nochmal weiter versucht habe fertig gefangen dann habe ich die Abia bekommen mit der habe ich dann schon mal angefangen zu trainieren und hier den ich habe ihn jetzt einfach Pugs Bunny genannt Kaninchen Hengst gab es dann doch zum Glück irgendwann mal und ja das ist er füttern wir ihn nochmal und ja mit denen möchte ich dann gerne züchten Stufe 3 genau Stufe 3 aber mit Stufe 3 das heißt Julia fällt eigentlich raus und wir haben hier aber noch ein Pferd im Zuchtstall und das ist kein Kaninchen wie man sieht es ist eine böse Stiefmutter Stufe 3 Stute wir haben ja den Neid ich habe zum Glück eine Stufe Entschuldigung eine Stufe 3 Stute gefunden zum Züchten stand zum Glück schon draußen wahrscheinlich auch als Vorbereitung für die Zertifikate auf jeden Fall war ich super happy weil die erste Zucht gleich geklappt hat mit einem Stütchen das heißt wenn wir Zertifikat haben und wir einen Ort haben wo wir züchten können das wäre theoretisch ja Montana müsste ich nur ein bisschen Platz machen dann weiß ich oder wir müssen gucken auf der Fantasieinsel wenn Alice dann da ist dass wir die Stiefmutter dahin bringen aber auch da müssen wir erstmal Platz machen es eilt ja nicht wichtig wäre dann ja nur dass wir das Zertifikat erstmal sichern wir haben Hengst und Stute und dann gucken wir mal wie es weiter geht so das ist sie wir haben ja auch schon ich glaube böse Stiefmutter haben schon ewig auch nicht mehr gesehen ja an sich hübsch ich mag nur diesen Hidschatten hier nicht das naja gut schweif sehr sehr dünn aber sonst farblich mag auch die die Schäckung ich bin mal gespannt wie dann nachher Stufe ja wirklich aussieht im Spiel ich habe auch gar nicht geguckt haben wir genug Edelsteine ich muss auf jeden Fall noch ein paar Rennen machen sollte auf jeden Fall reichen für das Zertifikat aber dann wird es bald knapp so die Trauben hole ich nochmal ich habe nämlich vorhin schon mal den Salat wieder in Großbritannien mischen lassen und ich hoffe dass jetzt die Kaninchen Stute noch da ist so Stufe 3 Kaninchen und Stute habe ich gefunden und zwar aber wir können ja auch erstmal bei Liss gucken Liss hat auch nehmen wir doch gleich Lisse ja mittlerweile wird es besser aber am Anfang gefühlt da war kein Hengst zu finden gefühlt hatten alle vom Kaninchen nur Stuten hat sie auch Stute Hengst der hat sogar schon beides und noch ein Hengst es ist eigentlich egal womit wir züchten wenn wir Stufe 2 hätten dann wäre es natürlich richtig cool dann könnten wir hier mal mal gucken dann züchten wir jetzt mit wir und unserem Bugs Bunny so sieht Stufe 3 dann aus und achso jetzt haben wir keine gratis Zuchtverbesserung mehr aber ok Stufe 1 wäre eine Stute das wäre sowieso egal Stufe 2 wäre ein Hengst das ist der Abbas und Stufe 3 wäre eine Abia eine Stute wir gucken mal ist das sozusagen eine 50-50 Chance auf ein Pferd das wir brauchen oder halt auch nicht und es wird knapp das was wir nicht brauchen ist das bitter hätten wir jetzt die Zuchtverbesserung eingesetzt hätte es geklappt hätten wir sofort Stufe 3 gehabt so ein Mist ja kannst ja nicht ahnen gut also es geht steppen voran wir haben auf jeden Fall Hengst und Stute dass wir zur Not auch mit Stufe 1 weiter züchten könnten falls es so läuft wie beim Amur Pferd dass nachher alles reingestellt wird und wir uns auf unsere eigenen Pferde verlassen müssen dann gucken wir noch kurz nach Großbritannien da ist aber nicht so viel so hier ist auch ein Weiß Isabel der trainieren möchte wenn man da Stufe 1 Hengst Jack ist soweit aber es ist jetzt kurz vom Level ab einmal schicken wir noch trainieren gerade brauchen wir hier keinen Platz und ja ich wurde auch darauf hingewiesen ich hätte ja auch die Konstellationspferde aus dem Paarungsstall holen können indem ich einfach auf den Paarungsstall gegangen wäre dann wird uns ja angezeigt die Boxen und unsere Fohlen und ich hätte ja auch einfach aus dem Menü raus zwei Pferde verkaufen können und hätte die Fohlen reingezogen dann wäre es egal gewesen wie viele Pferde noch auf der Weide rumlaufen und einen Stall brauchen warum ich darauf nicht komme ich weiß es nicht vielen Dank auf jeden Fall für die Info ich versuche es mir zu merken für das nächste Mal so werbung schauen wir jetzt natürlich nicht zusammen ja hatte ich den gestern noch gemacht hatte ich heute noch gar nicht reicht das denn hätte ich ja doch noch den Salat machen können na gut egal so dann verkaufen wir das jetzt weil ich auch immer wieder gefragt werde wie ich es schaffe so viel Geld zu haben also einerseits habe ich mir hier in Großbritannien als ich das freigeschaltet hatte erst mal die ganze Industrie aufgebaut habe das Geld erst mal da reingesteckt habe nicht wirklich viel dann gezüchtet habe vorher halt aus Deutschland viel verkauft und jetzt ist es halt der Melonsalat weil der einfach am meisten bringt und auch von den Ressourcen her relativ einfach ist finde ich ja und was jetzt aber auch wirklich sehr sehr viel hilft ist dieser Button mit dem Einkommen hier von den Stellen mit dem mit einmal abzuholen klar man kann jedes Dorf besuchen und alles einzeln einsammeln aber das ist einfach viel flotter und dann braucht man sich nur kurz einloggen drückt nochmal auf den Knopf und dann sammelt man Geld und dann habe ich das Glück dass momentan die Zuchten ja wahrscheinlich aber auch nur weil die so lange dauern dass ich das mehr reinbekomme an Geld als ich ausgebe ja ohne den Button ist es ein bisschen aufwendiger schwieriger an genug Geld zu kommen aber es ist zumindest möglich also wir hatten klar eine Zeit da haben wir nicht so viel züchten können weil es finanziell nicht drin war da musste man sich dann entscheiden hat man sich abgewechselt den einen Tag hier den anderen Tag dort mittlerweile mal gucken wie es jetzt weitergeht aber mittlerweile können wir zumindest eine Zeit lang doch an vielen Orten züchten auch teurere zuchten und wenn dann irgendwann wieder die Zeit kommt und wir haben kaum was zu züchten ist das natürlich auch nicht verkehrt für den Geldbeutel na gut dann würde ich aber sagen reicht das erstmal für heute wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder ich muss aber gucken wie es mir geht es kann sein dass es zwischendurch immer noch keine neuen Aufnahmen gibt keine neuen Videos mal schauen gut dann bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Untertitelung des ZDF für funk, 2017